Hallo und somit herzlich willkommen zu einer kleinen aber feinen Demo vom Car Manufacturer Simulator. Wie man sieht ist das ganze eine Demo und work in progress. Von daher, falls es Bugs gibt oder sonstiges, werde ich das zu entschuldigen. Und ich starte gleich einfach mein Spiel und schaue uns das ganze mal an. In the Nepalese 501 Competition is fierce, but there might be a way to get ahead. The Indianapolis 501 race is coming. As long as you manage your resources and brand image carefully, you will be able to put together a winning team with a perfect racing car. Becoming an automobile industry legend is within your reach. Better get to work. Let's go. Okay, choose a city, select logo. M Detroit. Und der Name der Firma. Lightning. Ja. Let's go. Do you want to start the tutorial? Yes, of course. Introduction. Welcome to Car Manufacturer. The beginning of the 20th century broke new challenges and opportunities. Show the qualities of an excellent leader as you become the head of a car factory. It is up to you what the future of the automotive industry will look like. Hello, I'm Henry, your personal assistant. I'm here to help you produce and sell your... First, let's learn how to move the camera, use the way as the hold and drag. Q and E. Um the camera to rotate. The way as the wall can be hidden. OK. Right now we are in the play mode. Let's switch to edit mode. okay I'm brick building a simple brick building die Musik ist schon mal nice okay wait da ist der Eingang dann würde ich die Tür einfach mal hier hinsetzen okay jedes Gebäude kann man frei bewegen Assembly Station die Kamerasteuerung ist etwas schräg aber es sollte funktionieren assembly line needs to be connected to a gate connect an assembly station to a gate so that cars can be driven outside later you will be able to connect many assembly stations together to create assembly line alright äh Spiel ah irgendwie haben wir ein paar Soundeffekte aber die Musik ist nice habe ich ja schon gesagt transport link ok It's time to manage the production, for that we need to switch back to play mode. Production line 2, choosing a blueprint. Click on an assembly station in the factory mode to set the car model it produces. Car production is divided into phases. Each phase requires one or more car parts. Car parts are automatically ordered to connected storages. Click on a storage to manage orders. What? Wait. Change blueprint. Unser schönes Auto. Was wir herstellen werden ist Jacques number 3. Light and reliable. Holy shit. Okay. Click on the storage to see which parts we have stored. And order more. Click on the storage. Parts are organized by car models. Each car you produce requires one or more of the parts listed. You can see how many in the usage column. You can change how many parts you want to store at any given time by changing the number in the request column. Parts are ordered automatically as long as you have free storage space. Storage UI allows you to investigate storage organization and manage orders. Parts which are no longer needed are listed under orders. You can see your potential employees in the for hire tab. Every worker has stats, strength, agility, intelligence and charisma. They influence how effective the worker will be at his job. Better workers are in general more expensive. It's natürlich klar, dass sie besser teuer sind. Workers are paid weekly. You can see your current employees in the workers tab. Here you can also see how tired, happy and motivated your workers are. And fire them. Okay. Let's start with 5 transporters. Ja, ich glaube wir nehmen einfach mal so die Mittelklasse. 5. Das waren 5 genau. We also need some mechanics. We will build our car. Select mechanics. Okay, die sind schon etwas teuer. Ich würde da wahrscheinlich eher einen teureren anstellen. Damit die Fahrzeuge natürlich auch gut sind. Now our employees are hard at work. If things ever get too fast. You can click the pause button. Of course. Also man kann das Ganze natürlich up speeden. Let's go back to editor mode. When the first car leaves the assembly line. It will need a place to park until the client buys it. Select parking and then parking zones. Okay. Da dort der Ausgang ist, ist es schlau das Auto natürlich so zu parkieren. Ja, ich würde sagen das lassen wir mal so. Room building a building with decorative walls. Was kommt jetzt hier hinein? Frage ich mich. Sales. Similar to other designs designate spaces we need a sales zone. Selected sales. Okay, wahrscheinlich ist das dann die Zone, wo die Kunden die Fahrzeuge kaufen können. Und, ups, wir sie auch beraten wahrscheinlich. Würde ich jetzt einfach mal zwei nehmen. Sales. Basic. Clients will now come to your factory looking to buy a car. Clients usually have a specific model in mind. But the talented sellman can convenience them to buy a similar model. Also wir können Leute überzeugen, dieses Fahrzeug zu kaufen, das wir herstellen, obwohl sie ein anderes möchten. There is always a chance that a sale will fail. Promote your cars or lower the price to sell more. Werbung kann man also auch noch machen. If you want to stop selling a product, select in the offer checkbox. If you want to earn more in each item sold, you can increase the interest rate. But it might make the product hard to sell. When you first start producing a car, it's automatically added to offer. You can sell all the products that can be sold on the left on the sales screen. In the center of the screen, you can see the details of the select product and price breakdown. Okay, unser Shack number 3 kostet 25$. 70% Marge, glaube ich wahrscheinlich, soll das bedeuten. Cost parts 300$. Income 215$. We need to hire a salesman to negotiate with our clients. Okay, da ist es wahrscheinlich auch schlauer, bessere Leute einzustellen. Damit wir wahrscheinlich mehr. Sell any car. You are all set up to sell your first car. Let's wait until the salesman seduces at the first sale. Es succeeds at the first sale. Schade, dass es irgendwie keine Soundeffekte gibt. Wie sie hier die Fahrzeuge herstellen. Gibt es ja wirklich nicht. Ne. Schade. Schon mal ein Kritikpunkt. Ansonsten die Grafik finde ich recht nice für so ein Spiel. Und es wird wirklich sehr komplex. Jetzt müssen wir natürlich erstmal warten, bis das erste Auto zusammengestellt ist. Aber das machen die Arbeiter schon. Marketing. Advertisement allows you to build one sales slot. Waiting room. Okay. Das scheint wirklich sehr... Ähm. Unser erstes Auto kommt. Kann ich das wieder schliessen? Äh. Hallo? So. Und der erstes Jacques number 3 Auto. Sieht interessant aus. Und der Salesman ist schon am Werk. Hm. Nice. Das erste Auto verkauft. Okay. Die Slots hier. Congratulations. On finishing the tutorial, that's all for now, you are ready to create a car manufacturer of your dreams. Keep playing and see how much you can improve the factory. Quests. Techtrees. There are technology categories. Each improves different aspects of the factory. Some allow you to discover new car blueprints. Technology allows you to improve your manufacture in many ways. Okay. Das war ja das hier. Glaube ich. Research. Unlock research department. Tech Promotion. Unlock Advertisement. Und. Production Line Number One. Nice. Unser zweites Auto steht auch schon auf dem Parkplatz. Okay. Das ist schon mal eine Fehlbildung. Eigentlich. Ja eigentlich wäre es schlau das Ganze so hinzusetzen. Multiple Stations. Production Line UI allows you to change how the work is organized. When there are multiple stations, production stages need to be divided between them. You can change which stage is done on which station by dragging station marks. Okay. Ähm. Okay. Wir haben uns unser zweites Fahrzeug glaube ich schon verkauft. Ob ich das richtig gesehen habe. Nope. Nicht das Ganze. Okay. So. Zone Modifications. Place Assembly Station 2. Okay. Ähm, Zambi Station, eine zweite Station, ist das richtig was ich hier mache? Place Transport Link, ich glaube hier stellen sie jetzt ein Teil her und dann hier den Nächste Teil, her Transport, her Mechanic, Mechanic, acht Mechaniker, ja let's go! Oh, unser Geld, 4.675 und 10 Transporteure, dann nehmen wir mal die etwas günstigeren. Und da ist eine neue Power in Town, Ferrimotors & Co. A new Manufacturer ist Makin Waves, Ferrimotors Co. Ist Turbo Focused on Fast & Cheap Production, we need to keep improving our production facilities and to keep up with them. Send them a Flower Bouquet, ignore them, send them a Flower Bouquet with a passive aggressive note. Keep up with them. Keep up with them. Ja komm, Freundschaften. Doch, doch. Salesman. Researcher. Okay, die sind echt teuer, aber einen können wir mal anstellen würde ich sagen. Hier könnten wir vielleicht noch einen Waiting Room äh... Ähm... Ich hab's gleich. Waiting Room. Research. High Speed Conveyables. Blueprints. 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 Keine Bank gibt's auch. Decorations. Fence Building. Okay, läuft doch eigentlich ganz gut. Bis jetzt. Wahrscheinlich brauchen wir etwas mehr Storage. T Globus. scheint mir zumindest fast so genau bringt alles schön hier hin macht ihr super Sales Desk Sales Couch waiting time so ich glaube man ist das eigentlich der Salesman hier kann man leider nicht anklicken aber ich glaube fast ok ne das ist nicht der Salesman Produce Cars 5 von 10 promotion wir können so eine Plattform bauen um das Fahrzeug auszustellen und so vielleicht mehr Kunden anzulocken progress in demo to unlock increased chance of successful sale kräftig sinkt fast zu langsam glaube ich und dann noch ein bisschen noch ein bisschen abonniere und abonniere ich möchte gerne mal das ganze etwas verlängern und dann machen wir hier noch eine nächste Station das conveyor belt connecten wir hier hin und von hier hier hin und so perfekt gut weiter geht's gut weiter geht's research blueprint research desk ah der hat gar nichts zu tun weil wir gar keinen desk haben bringt natürlich absolut gar nichts so eigentlich könnten wir den so 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 advertisement newspaper ads hört sich gut an und so gut Gut. Okay. Ähm... Drei Leute waren auf dem Auto. Könnte wohl noch etwas dauern.